Was ist der Schwerpunkt für psychosomatische Medizin? Unser Schwerpunkt ist psychosomatische Medizin, stationäre psychosomatische Behandlung, sowohl im Reha-Bereich als auch vor allem im akutstationären Bereich. Wir betreiben gesamt acht Kliniken, vier am Standardbad Kissingen. In der Louis-Paul-Klinik haben wir noch zusätzlich eine somatische, orthopädische, onkologische Reha-Klinik hier vor Ort. In unseren psychosomatischen Kliniken behandeln wir vor allem Patienten, die mit Depressionen zu uns kommen, mit Angststörungen, Zwangsstörungen oder auch Burn-out-Syndrom, posttraumatischen Belastungsstörungen. Wir bieten letztendlich Behandlungen im gesamten Feld der Psychosomatik an. Uns ist nicht nur wichtig, den Patienten mit seiner Diagnose und somit als Fall zu sehen, sondern den Patienten in seinem ganzen beruflichen und auch privaten sozialen Kontext zu sehen und dann auch zu behandeln. Dazu gehört die Beziehung des jeweiligen Patienten, Geist, Seele, Spiritualität, Körper und auch neuerdings Natur. Das heißt, in welcher Beziehung steht der Patient zur Natur. Das halten wir für wichtige Dimensionen in der grenzheitlichen Behandlung.